Ins Knie oder sonstwohin... Oh nein! Ich kämpfe! Für die Gerechtigkeit! Ich bin der Carmen Rider! Ich bin Carmen Rider Kid, genau! Jawoll! Jawoll! Nur wo soll ich hinjumpen? Wo zur Hölle soll ich denn hinjumpen? Fuck! Scheiße! 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 Ja, definitiv! Scheiße! Es kommt hier auf Geschwindigkeit drauf an, die ich nicht besitze! Weil ich definitiv... Ich kann Jump'n'Runs! Was mache ich denn? Das war's! Abwärts! Hä? Ah geil! Invisible Block oder was? Ach, nö. Ey, Leute, langsam wird's mir blöd. Ja, du mich auch. Ey, komm. Ein bisschen was wollte ich eigentlich noch schaffen. Oh, diese scheiß Highspeed-Aktion hier. Das war schlecht. Das war schlecht. Das war zu früh. Oder zu langsam, oder? Ah ja, nicht vergessen. Beim Loaden möglichst nicht übers Drücken. Aha. Von die Wegen. Danke. Das ist... Fuck it. Han! Oh, ich krieg diesen Sprung nicht hin. Das kann nicht wahr sein. Das war dumm. Das kann ich jetzt vergessen. Ja. Alter, wenn da drei Turrets auf mich ballern, wie soll ich denn das schaffen? Vielleicht so, so und dann... Ach, tot. Nein. Ganz böse Turrets. Ganz böse Turrets. Ganz böse Turrets. Ich hasse euch. Ich hasse euch aus Thießen. Nein! Ja, vor allem der unten ist so... Der ist so da, den reiche ich ja gar nicht. Haha. Haha. Schöne Scheiße. Haha. Schöne Scheiße. Haha. Tot. Oh Gott. Jump. Jump. Double jump. Jump. Double jump. Jump. Double jump. Jump. Hochjumpen. Oh. Pff. Gott, nein! Hm? Warum machst du den Doppelsprung nicht? Spring ich gegen die Wand oder was? Red ich mit der Wand? Wieso? Ich sterbe eben durchgehend. Das kann ich schon wieder vergessen. Mua. Fick dich. Du Hohensohn von einem Kid. Du wirst niemals the guy. Zumindest nicht, wenn ich am Steuerknüppel bin. Hohensohn von einem Kid. 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 Was zur Hölle? Wo soll ich hin? Okay. Wenn rechts oben ein Block ist. Ein Invisible Block anscheinend. Dann kann ich ja nur noch nach links jumpen. Haha. Oh. Aber ich muss eben so scheiße schnell sein, dass die mich nicht treffen, die Arschgeigen. Und das kann ich jetzt schon wieder vergessen. Ey, was ist hier los? Ich sterbe durchgehend an Kleinigkeiten. Das kann doch nicht wahr sein. Boah. Und dann fahren die eben wieder an der Stelle auf mich. Hey, was zur Hölle? Wo soll ich da... Äh. Ich check irgendwie gar nichts mehr. Da oben soll ich ja anscheinend nicht hin. Und jetzt kann ich es eh vergessen. Weil ich darf sowieso durch die Turrets nicht mehr durchkommen. Ich spring da oben gegen eine unsichtbare Wand. Leute, wo... Und Schuss. Nein. Danke. Retry, wenn bitte möglich. Genau. Was zum... Warum machst du diesen Double Jump nicht mehr? Und tot. Genau. Fuck. Wo soll ich denn da hinjumpen? Ich check gerade gar nichts mehr. Was ist hier nun schon wieder los? Bist du so blöd? So verfickt blöd? Ja, anscheinend bist du... Hä? So, da kann ich ja durchrennen. Was ist denn hier los? Ich schreibe langsam echt blind rein. Was soll das denn? Das schafft man doch gar nicht. Außer wenn man sonst wie schnell ist. Ja, genau. Genau. Ja. Renn runter. Renn runter. Anstatt, wie ich es dir sage, zu springen. Du Vollpfosten. Höh. Was zum... Aha. Was ist los? Äh. Das habe ich da aber nicht gerade wirklich gesehen, oder? Nein. Oh, nee. Oh, nein. Ich fühle mich mit diesem Spiel langsam echt verarscht. Aber tausende Male verarscht. Wieso... Wieso jump ich da gegen eine unsichtbare Wand oder so? Ich war doch gerade im oberen Abschnitt. Ah, verstehe. Pussy spielen wir also. Autsch, das wollte ich nicht, aber ich bin jetzt... Äh, Gott. Leute, ihr seid verrückt. Leute, ihr seid verrückt. Was hat der Emero auch schon gesagt? Hm. Okay, dann hier rüber. Genau. Oh, nö. Hö. Dumm, 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 dumm. Ah. Hm. Ah, ich stehe. Ich stehe. Safe. Ich stehe safe. Oh Gott, jetzt ist in Ländigkeit angesagt. Hä? Oh. Oh Gott. Das wird noch Amoklauf. Das wird noch Aua, das wird noch mehr Amoklauf als bisher. Aua. Aua. Jetzt Aua. Okay, safe spot. Okay, das war kein safe spot. Ähm, das war blöd. Ich brauche einen safe spot. Nicht dauer. Da bestimmt nicht. Gott. Warum? Warum? Hm. Was ist denn nur? ja ich bin ungeduldig ich weiß ich bin ungeduldig sektor kanzler ist bot andauer diese millimeter arbeit sie kotzt mich so derbst an na also geht doch das war dämlich mal wieder dämlichkeit meinerseits das auch speichern meine dämlichkeit auch gott was mache ich denn hier für eine scheiße für eine elender na